Der Markenrebell Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Yes, here we go. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Podcast-Folge. Heute mit einer Soloshow und dem Thema Dankbarkeit. Jeder, der sich von euch mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, der wird natürlich an dem Thema Dankbarkeit nicht wirklich vorbeikommen. Denn genauso wie für mich ist es mit Sicherheit von jedem von euch der Game Changer schlechthin, sich irgendwie zurückzunehmen in sich, in seine eigene innere Stille zu gehen und zu sagen, okay, wofür bin ich eigentlich dankbar? Und ich habe das Ganze so in meinen Tagesablauf integriert. Das heißt, bevor ich so wirklich ins Einschlafen komme, liege ich quasi wach im Bett und versuche den Tag nochmal so vor meinem geistigen Auge Revue passieren zu lassen und einfach mich daran zu erinnern, was war irgendwie besonders schön, wofür bin ich besonders dankbar? Welchen Personen, welchen Erlebnissen bin ich wirklich dankbar? Und sich dort hineinzufühlen, tief so in diese Herzenswärme, die das Ganze ausstrahlt, das bewirkt letztendlich ein Bewusstsein dafür, wie schön eigentlich so die vielen Dinge sind, die einen umgeben, wie schön die Augenblicke sind, die man mit Lebenspartnern oder Kindern, Freunden, auch Geschäftspartnern einfach verbringt und dankbar dafür ist, dass diese Begegnung an diesem Tag stattgefunden hat. Und ich habe mir überlegt, dass dieses sich dankbar fühlen so der erste Schritt ist, ist, den ich natürlich gehen muss, um mich, und jetzt kommt es, sich dankbar zu zeigen. Also während sich dankbar fühlen natürlich eine gewisse Disziplin, eine gewisse Konsequenz vielleicht auch erfordert, um das Ganze in den Tagesablauf, in den Tagesrhythmus einzubinden, braucht es für das sich dankbar zeigen etwas ganz Besonderes, nämlich Mut. Und diesen Mut aufzubringen, zu einer Person hinzugehen und zu sagen, hey, ich bin super dankbar dafür, dass es dich gibt oder dass ich mit dir das erleben durfte oder dass du mir diese Erkenntnis geschenkt hast. Der Mut ist natürlich entsprechend groß, den ich aufbringen muss, wenn es sich um jemanden handelt, der jetzt nicht so eng mit mir verbandelt ist. Also wenn es die Kassiererin an der Kasse ist oder der Praktikant irgendeiner Firma, die mir gerade was schickt. Und dieser Praktikant hat mir irgendwie eine tolle E-Mail geschrieben oder sowas. Also sich dankbar zu zeigen bei Menschen, die uns nicht so nahe stehen, erfordert das natürlich ein bisschen Mut, aber es lohnt sich, denn etwas ganz Wunderbares passiert. Und genau das möchte ich jetzt so ein bisschen mehr ausklappen. Es gibt doch diesen Spruch, und den habt ihr immer schon mal gehört, ich allein kann doch nichts ausrichten. Also wenn es darum geht, irgendwie die Welt zu verändern, die Welt zu verbessern oder sonst irgendwas. Ich allein kann doch nichts ausrichten. Und jetzt möchte ich euch einladen, einfach mal den Perspektivwechsel zu machen. Stellt euch vor, oder ich erzähle die Geschichte anders. Ich erzähle die Geschichte so, dass ich euch sage, was passiert mit mir eigentlich, wenn jemand seine Dankbarkeit mir zeigt. Und ich möchte das gleichzeitig nutzen, um einfach euch auch Danke zu sagen für diesen Podcast. Denn wenn mich zum Beispiel Nachrichten erreichen, E-Mails erreichen über diverse Kanäle, oder auch eure Bewertung bei iTunes, wenn mich das erreicht, dann ist das unfassbar, was das in mir auslöst. Also ihr schafft es da tatsächlich, mich vom Boden abzuheben, sodass ich so ein Schweben, so ein innerliches Schweben habe und eine unfassbare Motivation spüre, einfach diesen Podcast noch besser für euch zu machen. Also diese eine Motivation reicht dort schon. Es geht gar nicht darum, ob alle Hörer dieses Podcastes mir irgendwas schicken und sagen, wie dankbar sie sind, sondern es reicht eine E-Mail. Eine E-Mail reicht, dass ich mich so geil fühle, dass ich einfach sage, ich mache den besten Podcast, den ich machen kann für diese Community, weil diese Community hat es verdient. Also ich verbinde quasi euch alle, die ihr da draußen zuhört, mit dieser einen E-Mail, die von nur einer Person kommt und das, was es in mir an Emotionen und Gefühlen auslöst, das ist so gewaltig, dass dieser Podcast einfach immer besser wird, tolle Interviews entstehen, tolle Stories erzählt werden und so weiter, neue Formate hinzukommen. Also es ist einfach, ja, wie soll ich sagen, ein unglaublicher Motivationsschub, wie so ein Raketenantrieb. Und jetzt frage ich jeden da draußen, der sagt, ich allein kann doch nichts ausrichten, wenn diese eine E-Mail in mir das auslösen kann und mich zu einem Handeln bringt, der für die Gemeinschaft aller, nämlich alle, die diesen Podcast hören, so eine Veränderung bewirkt, dann kann dieser Satz, ich allein kann doch nichts ausrichten, kann einfach nicht stimmen. Im Grunde sagen die Personen, die das sagen, ich habe keinen Mut, meine Dankbarkeit zu zeigen. Und darüber möchte ich einladen, nachzudenken, merkwürdiger Satz, egal, und euch einfach auf eine Challenge oder zu einer Challenge einladen. Ich muss an dieser Stelle ganz kurz unterbrechen. Ich werde immer wieder gefragt, ob ich auch Podcast-Coachings anbiete, in denen ich meine Erfahrungen, Methoden und Strategien weitergebe und ob ich bei der Umsetzung weiterhelfen kann. Was ich mit dem Markenrebell und über 70.000 Hörern pro Monat bereits erfolgreich geschafft habe, möchte ich nun mit dir teilen. Da mein Kalender ständig überfüllt ist und ich mit Leuten arbeiten will, die wirklich in die Umsetzung kommen wollen, sind meine Zeitfenster begrenzt. Bewirbte ich also jetzt gleich für meinen Podcast Mastery Coaching. Mehr dazu unter markenrebell.de slash podcastcoaching. Den Link findet ihr natürlich auch wie gewohnt in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. In diesem Coaching werden wir uns ganz intensiv mit dir als Mark und deinem Business beschäftigen. Es gibt Praxis, Praxis und nochmals Praxis. Du kannst mir alle Fragen stellen und alles das, was ich dir erzähle, kannst du sofort umsetzen. Also gib dir als Mark eine Stimme. Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt dafür. Und nun geht's weiter hier. Und zwar möchte ich, dass ihr eine der nächsten Podcast-Folgen gestaltet. Und zwar mit einer Audionachricht, die ihr mir schickt. Wie sieht das Ganze aus? Ich möchte euch einladen, mal auszuprobieren, was passiert eigentlich, wenn ihr eure Dankbarkeit zum Ausdruck bringt. Also wenn ihr eure Dankbarkeit jemandem zeigt in eurem Umfeld. Das kann Lebenspartner, Lebenspartnerinnen, Kinder, Freunde, aber auch, und das wäre die Challenge, dankbar gegenüber Leuten zu sein, die ihr nicht so gut kennt, vielleicht einmal im Leben gesehen habt. Den Kellner oder den Mann oder die Frau im Kiosk. Also dass ihr einfach mal schaut, wie weit schafft ihr es, den Mut aufzubringen, euch einer Person zu nähern und dieser Person eure Dankbarkeit zu zeigen. Und dann, wenn ihr das gemacht habt, beobachtet ganz genau, wie die Reaktion auf der anderen Seite ist. Was passiert in diesem Moment? Versucht dieses Erlebnis wirklich aufzusaugen wie ein Schwamm. Beobachtet die Mimik und Gestik dieser Person und das, was die Person danach sagt oder auch sprachlos ist. Kann ja auch sein. Und dann schnappt euer Handy gleich danach, um diese ganz frischen Informationen aufzunehmen und nutzt die Voice-Funktionalität eures Telefons. Nehmt einfach mal eine Tonspur auf, wo ihr einfach mal reinsprecht. Was habt ihr gerade erlebt? Also wofür wart ihr dankbar? Wie habt ihr eure Dankbarkeit zum Ausdruck gebracht? Und wie war die Reaktion eures Gegenübers? Was hat sich auf einmal verändert zwischen euch? Und dann wäre es genial, wenn ihr mir diese Audionachricht schickt, gern anonym oder mit eurem Namen. Und wir werden aus allen Einsendungen dieser Audio-Files eine Podcast-Folge zusammenschneiden, in der nicht ich die ganze Zeit rede, so wie immer, sondern in der Folge werdet ihr quasi die Protagonisten sein. Ihr werdet quasi die Folge kreieren und wir werden die Audios von euch hören, die ihr uns eingeschickt habt. Und ich würde mir wünschen, dass diese Podcast-Folge einfach ein Reminder für euch ist, dankbar zu sein, sich dankbar zu fühlen, aber auch vor allem diesen einen Schritt mehr zu machen und vielleicht einmal am Tag eure Dankbarkeit jemandem zu zeigen. und damit möchte ich diese Podcast-Folge schließen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir eure Audios schickt und wir gemeinsam eine richtig coole Podcast-Folge kreieren. Ich freue mich total drauf. Ich bin echt gespannt, was ihr daraus macht, wie eure Erfahrungen sind. Und in diesem Sinne wünsche ich euch nur das Beste und bleibt rebellisch. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017